Leute, in der heutigen Rampe sind 6 YouTuber mit dabei. Ihr seht alle unten in der Videobeschreibung, wo ihr dabei ist. Diese Rampe eskaliert wieder. Es war wieder so viel Beef unterwegs. Freunde, keine Ahnung, wie das ihr das mal wieder schaffen. Es war aber eine super, super geile Rampe. Deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Schauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um mich zu supporten. Und checkt die Jungs ab in der Videobeschreibung. Viel Spaß damit. Okay, ihr kleinen Rabauken, seid ihr ready? Was geht? Es ist Zeit, euch zuzufetzen. Was geht? Ich werde euch zufetzen. Das Ding ist, mit dem Motorrad kann man gar nicht so schön... Du blickst jetzt an ihr nicht fahren. Ente, was? Ente, ich verstehe dich nicht. Oh, das ist eine coole Rampe. Ach, Russik, Bro. Wer fliegt denn raus gerade? Ja, Russik ist rausgeflogen. Oh, ich bin explodiert, nicht mein. Man kann ja auch explodieren. Ich bin wegen dir ausgeflogen, okay? Bitte fang dich. Ja, das ist... Hey, wer ist der erste? Erster Panto, kleiner, süßer Panto. Äh, Max natürlich. Ja, Max ist der erste. Max macht Rentner, oder? Nee, Bro, ich... Beyblade hier gerade komplett wild runter. Äh, Respekt, Max hätte ich nicht von dir erwartet. Äh, ich muss ja gar nicht, was hier ist. Ich bin einfach vollspeed runtergepreddert. Checkt ihr das, dass ich einfach sechster bin. Das ändert sich ja hier nochmal, die Rampe. Wie? Muss man da Gas geben? Kann ich dir nicht sagen. Nein, jetzt falle ich runter. Ekliger. Ich war so gut. Oh mein Gott, ist das eklig. Nein, ganz unten! Bist du explodiert? Bist du explodiert, Bro? Das ist so frech. Bist du explodiert? Ey, oh mein Gott, das ist so frech. Ja, geschafft! Let's go, Junge! Was? Erster Platz, Alter! Also wir sind Enrico wieder manipuliert. Ja, Bro, ihr seid doch eklig, ne? Nur war ich es einmal geschafft. Sollen wir ohne Respawn machen? Ja, besser ist. Weil hier kann man echt gut... Wäre eigentlich schon lustig, weil ich glaube, hier, wenn man so explodiert... Wirst du das gerade? Das war lustig, den du gerade fast sabotiert hast. Bro, das ist crazy. Wow. Ähm, Jungs, warte, ohne Respawn, ganz normal, ne? Oh mein Gott, nein. Nein, bitte nicht. Ohne Respawn ganz normal. Naja, ich fand's nicht so gut. Ja, Rostek brauchst du nicht. Brauchst du nicht, brauchst du nicht. Wobei, ich glaub... Du hättest mich eh sabotiert. Du hättest mich eh sabotiert. Oh mein Gott, Jungs, ihr glaubt nicht, was das zweite Auto ist. Ich glaub dir, das Rennen dauert eh lang genug. Ich glaub nicht, was das zweite Auto ist. Was hast du gesagt? Äh, das Rennen wird auf jeden Fall lang genug dauern. Oh, Rostek, warum? Ente, du sabotierst mich auch immer, Bro. Du kriegst Wache, Bro. Polizei Auto als zweites Auto, was das? Ich hatte gar nicht versucht, Max. Ja. So einer. Soll ich mach's erwischt, oder? Oh, ne, Polizeiauto, Enrico. Hab ich doch gesagt. Bro, das ist so eklig, das zu fahren, ne? Ich respawn mal nicht. Mal gucken, wie's wird. Ich hab's grad eben auch gehabt. Ich bin unten die ganze Zeit lang. Ey, Digga, ich fall schon wieder raus, ne? Dieser Panto ist mein... Der bricht mich, der bricht mich, Leute. Heute ist Bruch. Oh, irgendwie vom schwersten Auto zum einfachsten Auto gefühlt. Oh Gott, ich bin losgeflogen. Ich sag, Jungs, ich sag, no joke, ich glaub, das wird so ne Knochenbrecherrampe. Meinst du? Das Eklige ist, ich bin wirklich ganz unten explodiert, so auf dem letzten. Ja, ich bin ganz unten rausgeflogen. Das hat mich echt gebrochen. Also, ich sag euch, wie's ist. Ich glaub, Enrico Frankreich denkt her, er ist Rampenmeister. Bro, was denkst du? Kennst du das, wenn man so direkt am Anfang so einen übelsten Fail hat und dann so merkt, okay, das Rennen wird nix mehr, es wird nicht mehr besser? Ja, du hast immer einen schlechten Tag. Einfach einen schlechten Tag. Man ist aufgestanden, man ist einfach müde aufgestanden. Man darf niemals aufgeben, auch wenn man unten ist. Ich hab's never gewappt, Alter. Kann jemand Enrico so bittieren, damit er sowas nicht mehr sagt? Wer ist grad so ganz knapp mit dem Chat an mir vorbei? Was geht, Max? Max, das ist das, was? Max, ernsthaft? Hab ich schon unterlaut? Oh mein Gott, oh mein Gott, ja. Sorry, Bro. Ich hab nicht mal so auf ernst gemacht, ich bin einfach noch so ein bisschen über euch drüber geflogen. Ey, du bist mir damit runtergekommt. Ey, dieses... Das Ding ist... Tschüss, Ente! ...ist übelst weit nach hinten geflogen. Und dann erst raus. Ja, und dann erst raus. Enrico schafft das nächste Auto. Das ist voll die Kreise. Bro, das ist... Boah, das ist aber... Denk ich eklig, ja. Polizei. Polizeiauto ist noch schlimmer, der. Ja, komm, nix, kann ich auch noch sabotieren. Komm, komm. Enrico, was machst du da schon wieder? Bro, ich fahr hier runter wie so ein Weltmeister. Das kommt, weil ich Geländereifen habe, Jungs. Klapper. Oh, nee, das sollst du mich. Ah, Russik-Pupsi. Enrico, Bro, Bro. Nein. Warum, Enrico? Ah, ja, Bro. Bro, du wolltest mich. Das bin ich. Wow. Rechts ranfahren, Polizeikontrolle. Nee, 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 bitte, bitte, ich muss weg hier. Bro, das Ding ist, Enrico hat mich ganz uns sabotiert, Jungs. Hä, was ist denn mit dem Polizeiauto? Ey, du hast doch geschafft. Hat er es geschafft? Ich weiss nicht. Wie, er hat es nicht geschafft? Hä, du hast mich sabotiert? Hä, wie soll ich es schaffen, wenn du mich sabotiert hast? Ich dachte, du bist... Wie er so macht, als würde er nix wissen, jetzt. Hä? Nein, Ente! Nein! Ich wollte ich auffangen, Enten. Bro, was ist denn mit dem Polizeiauto? Das federt ja mehr als Zockzum. Wie er so macht, als würde er nix wissen. Kann ich jetzt auch nix für, Bro. Aber das ist in dem Polizeiauto ja das Schwerte, Bro. Weil das genau das macht, diese Federungen und so. Hä? Ja, das Polizeiauto macht genau das, was man nicht denkt, was es macht. Oh, cool, ein Golfkart. Oh, cool. Ey, Jungs, wir müssen Enrico mal wieder ein bisschen manipulieren. Ja, Golfkart, ja, sehe ich genauso. Ja, Golfkart. Ja, ein Golfkart. Nein! Lol. Wie schlecht. Oh Gott. Max, hast du ein Polizeiauto? Ja. Ja, und du bist gerade hier unten und, oh Gott, das war's. Das war's, Bro. Das war's. Aber Armin wird mich jetzt eh hier wegklappen. Ja, ja. Ganz unten, Armin, du eklige. Bro, du. Rache. 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 Ich hab mich mit Polizeiauto ganz unten weggeklappt. Ich war weg von ihm. Das ist eklig, Bro. Okay, Armin, du bist heute. Wie macht ihr sowas? Also ganz unten, Polizei. Also wirklich ganz, ganz unten. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nein, warte, warte, ich will doch aufmachen, das macht keinen Spaß mehr. Du Lappbade. Oh, du hast es geschoben. Oha, Ente ist sauer? Ja. Ja, richtig, ey. Ich bin vom ersten Auto weg. Ey, kann jemand mir sagen, wo der Golfkartner sich befindet? Nicht auf der Autobahn. Also, Bro, mein Endgegner heute wirklich Armin, also mit der Aktion Armin. Ja, Bro, Rache, Rache. Digga, ich war am Boden, du hast noch draufgetreten. Ja, ey, Bro, das ist aber was anderes, Alter. Jungs. Ich hab dich oben mit dem Panto so ein bisschen und, Bro, ganz unten mit Polizei gegangen. Also, das war was persönlich. Bro, du hast mich dreimal noch geholt. Das ist crazy. Habe ich dich nochmal berührt, ja? Vor allem, Armin hat zweimal davor schon versucht, also er ist dreimal in mich reingeflogen, ganz unten. Also, das, Bro, wirklich Armin. Digga, ich hab dich gerade in die Luft geschleudert und dann wieder in die Luft geschleudert. Ich hab so einmal so beiläufig oben Armin dreimal in mich rein. Ich hab's für mein Feeling gebraucht, Bro. Ja, Bro, ich weiß auch gerade, was ich für mein Feeling gebraucht habe. Warte, Blackjack, bis ich unten bin, warte. Du Ansage am Blackjack. Ewig dauernd? Ich verstehe dich nicht, Blackjack. Kairos, bei welchem Auto bist du jetzt? Ja, Golfkartner. Ah, nein. Ach, das Golfkartner. Kairos, das ist ja eine interessante Sache hier. Ey, das passt alles sehr, brutal ekelhaft. Ah, okay, jetzt als nächstes Mord mit Armin. Blackjack, ja, Mann. Der hat sich bei der Senke versteckt. Gut Job, gut Job, gut Job. Guck mal, aber guck mal, du versuchst, du bringst dich zum sabotieren, also zum explodieren. Ja. Warte, habt ihr alle nicht Enrico erwischt? Nein, weil Enrico sich in der Senke... Du bist doch ein Wisch, Max. Blackjack, du bist doch im Flugzeug, oder nicht? Nee. Hä, warum ist man, warum ist man Turbine nach hinten? Ey, dieses Golfkartner, du musst so auf, ist das von der Auto, ey. Auf irgendwas draufdrücken, ich komm auf E oder so. Blackjack, Blackjack schaffst du nicht in Enrico wegzauern. Oh, das Golfkartner ist für das Müllding. Ja, ach nee, ey, ich dachte, das ist ja voll gut, Gott. Nee, das ist voll das Müllding, Digga. Echt? Ja, ja, das ist eigentlich voll das Müllding, großer, gell? Bro, ein Golfkart, man muss das Golfkart nur bandieren. Wie lange ist Aquariums da im Blackscreen, hä? Da geht ja diese Polizeirahme vorne am Anfang, wie geklappt. Blackjack, wartet da die ganze Zeit. Ey, Blackjack, nein, 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 nein. Nein, danke schön. G muss gedrückt halten. Blackjack, 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 Blackjack. Man, Blackjack. Enrico, ich hole dich noch, wenn ich nicht so lange Blackscreen hab. Nein, 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 nicht mich holen. Blackjack, bitte nicht. Ja, Blackjack, ich bin der erste, nein. Enrico holt mich, Gigi. Nein. Oh mein Gott, Enrico. Oh mein Gott, Blackjack. Ey, Jungs, habt ihr Golfkart geschafft, oder was? Ich hab Golfkart geschafft. Ja, ich auch. Gigi's, Gigi's. Das Army, der Wicke wird sich ja... Oh mein Gott, ich will den so brechen jetzt. Wer war gerade der MD-Win-Check? Wer war gerade der MD-Win-Check? Blackjack. Der größte Nube. Ey, Digga, oh mein Gott. So ein Nub, Bro. Ich weiß nicht, ich werde die so brechen. Ente, Ente. Ja. Bro, wir haben auch keine Probleme miteinander, oder? Das war echt... Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Also, Bro, rustig so schief, Bro. Ja, die gehen jetzt sehr alle auf mich, die gehen jetzt sehr alle auf mich. Also, ich sage, ich kann sagen, wer mich im Golfkart sabotiert, ich werde das ganz recht mal aufgeben. Ich sage dir ehrlich, ich habe Enrico so sabotiert bei mir. Digga, Enrico, wir versuchen mich zu sabotieren. Ja, ja. Max, wollen wir Frieden machen, oder? Frieden. Ernsthaft? Wir sind noch quitt, wir sind noch quitt. Ja, okay, ja. Ja, okay. So, rustig, try hard, so hart immer rein, das ist krank, Bro. Irgendwie meine Kameraperspektive ist kaputt, Jungs. Ja, hoffentlich ist sie gar nicht mehr gut, der hoffentlich geht gar nichts mehr. Also, ich weiß nicht, was ihr habt, Golfkart, first try. Ja, okay. Ich habe Polizeiauto auch first try gemacht. First try, Jungs. Ja, ich hätte auch first try gemacht, sonst hätte ich Blackjack nicht runtergeschafft. Man muss einfach den Rentner machen. Ein Golfspielender Rentner, ein bisschen entspannt. Hoi, rustig. Ey, Enrico. Hoi, Arlen. Oh, was? Ja. Ente, mach mal schneller. Und Rush, Digga. Ich bin eigentlich mit dir. Ey, ich habe dich in Ruhe gelassen, wir sind quitt. Ja, okay. Ich hoffe, jetzt Enrico und Rustig kannst du machen, wenn wir gar für so einen Job kannst runterziehen. Ey, du bist so runterfallen, Rustig. Bro, das wird nix. Das sehe ich jetzt schon. Warum? Jetzt muss man ein bisschen... Ja, Bro, du hast dich gar nicht unter Kontrolle. Ja, und? Aber ich bin komplett mit dir. In den Händen. Hatschit! Nein, nein, nein. Ja, ja, bitte flieg raus. Oh, ja, let's go, Bro. Ich habe es gesagt, Digga. Weil ich einfach Profi bin, Digga. Ah, ah, Enrico Sabotase. Was ist da passiert? Hat der nicht nur noch Liga sabotiert, oder was? Ne, 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 er hat selber runtergefahren. Ich habe es predicted, Bro, weil er wie so ein Idiot da runterfährt. Alter. Das war jetzt aber, da war Hass mit drin. Da war jetzt Hass mit drin. Aber das Ding ist, ich fahre halt die ganze Zeit so runter. Wirklich? Russisch ist immer Psychopath. Ja, ja, er macht immer Beyblade, er drückt Gas und betet einfach nur. Ne, ich versuche, den zu kontrollieren halt irgendwie. Und wiedergeschaut, wie er schon wieder an mir vorbeifliegt hier. Hey, ich bin voll hängen geblieben. Ja, das stimmt. Ja, oh, 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 oh. Was? Was kann ich mir jetzt eigentlich so anspüssen könnte, gell? Ja, ja, ja. Ah, wer ist genau? Nein, ey. Oh, nee. Oh, nee, oh, nee. Nein! Russisch Beyblade. Nein, Enrico! Er hat nur Max weggeholen. Er hat nur Max weggeholen. Ich wollte Russisch geholen. Oh, es tut mir leid, ich wollte Russisch geholen. Russisch wird gleich auf dem ersten Platz sein. Nein, ich flieg runter. Ich flieg runter, Digga, wegen Enrico. Bro, du kleiner Enrico, 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 Bro. Frag mal Amir, wie ich mir meine Rache hole. Er holt sich wie wirklich? Wie holst du die Rache? Wie hat sich Max die Rache geholt, Amir? Ach, Mann. Kalt, kalt serviert. Oh, ich war auch. Let's try. Bro, einfach ein Centaurneuf in dieses Auto. Wer fliegt denn da über die Hälfte der Garten? Boah, der Garten, könnte so ekelhaft zu dir sein, ne? Nein, macht das nicht. Wer fliegt denn den Golf-Card neben mir? Ja, das bin ich. Blackjack soll jeglich sein? Nein. Boah, ewig lang nicht kommen. Wer Golf-Card sabotiert, ist wirklich ehrenlos, Digga. Ja. Bodenlose Sache. Wer ist das hier? Amir. Wer Golf-Card sabotiert, der tritt auch auf Leute, die auf dem Boden liegen. So ein Ding ist das. Da ist ein Rico! Das Ding. Wollt ihr es wusste ich? Ich kann es nicht sabotieren, Bro. Danke. Ja, ich weiß. Langsam. So, schön gefangen. Ich habe ein Rico sabotiert! Sehr gut. Boah, aber ich bin schon auf der Rampe. Schön gefangen hier. Schön gefangen. Hier. So, hier. First try wieder da. Uff. Boah, ich bin jetzt gar nicht zu respond, Alter. Bro. Oh. Manche, du bist so nervös, gerade da unten. Baby. Max, was geht, Bro? Alter, wir haben es geschafft. Was geht, Bro? Oh mein Gott. Nein, dieser Zefone-Risende. Guck mal, ich kenne das so ehrenlose Lager. Ey, wenn du das machst, ich auch. Oh mein Gott. Hast du gesehen, was ich machen hätte können? Das wäre, das wäre, das wäre. Bro, ich hätte, Bro, du hast noch eine Limousine, du hast so eine angenüsse Lächeln gehabt. Okay, okay, okay. Weiß ich dich, Schöpfen. Weiß ich dich auch direkt. Ich dachte, komm. Ja, aber Bro, ich sage so, du hast gut investiert, weil ich habe ja noch eine Rechnung mit Enrico offen. Ja, ja, ja. Wo ist denn Enrico? Ach, der ist hier. Ich sage dir ehrlich, dieser Potenzial wäre ekel. Ja, Bro, ich dreh um, hä? Oh, ja gut, dann gebe ich Gas. Bro, scheiß Rohr, heb er es. Wie du drehst um. Ich gebe Gas. Hau rein, tschüss. Ich muss ihn holen, ich muss ihn holen. Bro, du kickst mich nicht mehr. Er kommt durch, er kommt durch. Sau, das ist zu schnell. Sau, das ist zu schnell. Ja, 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 ja. Wenn das Rennen vorbei ist, kommt deine Rache hoch. Alles gut. Oh mein Gott. Alles gut. Enrico muss gestoppt werden. Nein. Enrico muss gestoppt werden. Enrico, du kleiner 31er wegen dir bin ich rausgeflogen. Hey, heute ist es richtig. Enrico, sehr viel Falle. Ja, Mann. Meine Rache an Russik. So muss das sein, Bro. Ey, Enrico, ich bin gar nicht rausgeflogen. Ey, Enrico, ich habe ein bisschen Hoffnung gemacht, das hätte es geschehen. Mann, du hast richtig auch rausgehaut. Dieses Golfkart, Alter. Nein, nein. Du bist nicht mit Golfkart, du hast ihn losgehauen. Nö, egal, was auch so ist. Ich hau gar nicht weg. Nein, ey, okay, Bro. Das ist ehrenlos, okay, das ist ehrenlos, Leute. Das ist wirklich ehrenlos. Das ist echt. Wenn ich wieder Flugzeug habe, Enrico, dann weißt du, was auf dich zukommt. Ente, ente, ich kenne dich zu. Nein, ich bin dir untergefallen. Du bist ganz unten untergefallen, du Dulli. Mit Golfkart. Enrico, du weißt das letzte Mal, wie das war, ne? Du weißt, was passiert, wenn ich jetzt unten wieder bin. Was war da? Ja, du hast geraggedrittet. Echt? Ja, dann kann ich auch noch dran haben. Ich erinnern, keine Ahnung. Ich schon. Ich kann mich da auch sehr gut dran erinnern. Mega-Solto. Okay, Enrico. Er fährt mit Wasted, er los? Ja. Wasted ist ekelhaft, weil da kann man dich easy treffen. Wieso ist Rosic hinter mir? Enrico, bist du ein bisschen nervös? Ach, wieso ist er? Wieso ist er hinter mir? Guck mal, Enrico ist richtig nervös. Der Beyblade, bis zum geht nicht mehr. Ente aus dem Weg. Oh, ein Blackjack. Ich mach. Enrico, Alter. Ich mach. Enrico, Enrico ist nervös. Enrico ist nervös. Enrico ist nervös. Ich wiederhole, oh mein Gott, rückwärtsgang, Enrico. Oh mein Gott. Ich bin einfach mal kurz ausgewichen. Ja! Boah, ich bin auch noch auf der Rampe. Let's go. Nein, ey. Digga! Nein, Enrico fliegt runter. Er ist runtergeflogen. Er ist runtergeflogen. Er ist runtergeflogen. Nein, nein, nein. Bro, das Ding ist... Alter, Ente! Was geht's? Mit einer Sabotage hat er ausgeworfen. Hab ich euch beide? Ja, beide. Du hast Enrico auf mich geschleudert. Hau mal ab hier, Rosic! Alter, Enrico. Ente! Oh mein Gott. Junge! Ente, lass ganz entspannt runterfahren. Ja! Der einzige, der raushält bist du, Junge. Komm, hau mich, hau mich, komm, komm. Ja, okay. Ja, mach. Ja, hab ich doch, hä? Ja, mach. Bremst du! 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 Enrico redet so wie Blackjack! Ich versteh dich! Ja, ich... Ich will zu lange mit Blackjack, Bro. Das ist so. Saugeil! Saugeil! Wir sind jetzt vier Leute beim Waystander, ne? Ja, ist knapp sogar hier. Aber warte, ist das Ende noch beim Golfkart? Ja! Ja! Saugeil-Merch rausbringt. Boah, ich würde sogar ein T-Shirt kaufen. Boah, ich würde sogar ein T-Shirt kaufen. Ich würde sogar ein T-Shirt kaufen. Nein! Nein! Wer hat mich jetzt gerammt? Saugeil! Boah, jetzt ist auch... Egal, ich hab's geschafft! Oh mein Gott, ich flieg ganz unten mit Waystander, also keinen Bock mehr. Schafft man das nicht? Das war's, Bro. Ich bin ganz unten runtergefahren. Oh mein Gott, was redest du? Achso, die hat's nicht geschafft. Oh, oh. So, wo ist Enrico? Bro... Enrico ist ganz, ähm... Der ist hier vorne direkt der erste. Nein, 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 nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tschüss! Wir waren alle direkt hintereinander. Na ja, gut. Wer ist losgeflogen? Ist gar keiner. Weil wir standen halt echt halt auf einem Fleck. Oh, dieser Wastelander ist ein Müllauto! Nein! Ich bin so giert! Mayday! 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 Oh nein! Ich schwör's dir, alle fallen runter. Alle sind runtergefallen. Nein! Alle sind runtergefallen. Nein! Oh! Kack Auto! Hey! Nein, er hat sich geschafft. Aber krass, wie wir alle auf einem Fleck sind. Bro! Was ist denn, also... Bro! Dieser Wastelander ist mitarbeiter. Nein! Der Wastelander programmiert hat. Sorry, Agnes! Er soll wirklich mal programmieren. Das ist das für ein Müllauto, Bro! Was erwartest du denn für eine Performance von so einem Teil, hä? Ja, besseres ist ein Offroad-Auto. Ganz logisch. Ja, aber wir sind auf einer Straße. Warte, warte, Wax, ich lass dich vorbei. Warte, warte. Ganz ruhig, ne? Oh, wer ist der Router? Ja, Bro! Oh mein Gott. Hey, Bro, Enrico. Jungs, wo ist Enrico? Warte, Enrico ist bei mir. Gib mir, Enrico. Gib mir, relativ weit hinten. Relativ weit hinten, aber. Relativ weit hinten. Drück, drück dich. Lass den Namen mit anzeigen. Erst bei Blackjack. Ich hol den jetzt. Bro, hol mich mal. Es ist mir egal, was ich heute jetzt einfach weg. Das bin ich. Der zweite bin ich. Der zweite bin ich. Ja, ja, ach so. Der ist Enrico. Ja! Ja, ja, ja. Er ist raus. Sehr gut, Rosic. Enrico, ich freu dich, Junge. Du, Rosic, Bruder, Bruder, Bruder. Das geht aber auch nicht, ne? Ich guck, guck. Yes, na, Bruder, bei der Fische. Oh, naja, also. Guck mal, die anderen Wasteland dann hier. Ey, Bro, in das. Nein, 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 nein. Ich musste kurz mein Hühnchen mit Enrico rupfen. Ja, mach. Habe ich, habe ich, jetzt bin ich wieder glücklich. Enrico, mein, Sabotage auch ehrenlos. Enrico, Enrico, wieder kurz hin. Enrico, aber nochmal, Gott, nochmal. Und ich stelle. Ja, nee, ja, nicht. Enrico, was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Oh mein Gott. Unschlechter Rennfahrer bist. Das sage ich. Enrico. Enrico. Der leider nur dumm rupfen. Enrico, Golfkart schaffst du jetzt. Enrico, langsam hier. Jetzt hier langsam. Ja, ja, ja. Oh, Kondra 5 Jets. Hat ja keinen Sinn zu fahren. Nixer Auto auch geschafft. Ich weiß gar nicht, ob man mein Auto wegrauben kann. Ehrlich. Nein, ich rutsche weg. Nein, Enrico. Hä? Oh mein Gott, ich krieg Enrico. Ich hab Enrico wieder. Ich hab Enrico wieder. Jawohl, ich hab Enrico. Bam. Das war mein Plan. Und? Ja. Nein, schade. Damit du nicht erster wirst. Das ist mein einziger Plan jetzt. Ja. Let's go, Bro. Warte mal. Ja. Du solltest dich mit erwischen, aber ich wollte Enrico einfach raushauen. Das war perfekt, Bro. Nein, Bro, du checkst nicht. Das war perfekt, Bro. Ich hab mich einfach gesaved das gerade, weil Enrico mich gerade fast runtergeschossen hat. Okay, Bro, der hat was denn so weggehauen. Das war geil. Das war nicht. Aber Rusty ist noch drin, oder? Ja. Bro, dafür komm ich jetzt nochmal. Du checkst das nicht. Ja. Ich werd das ganze Rennen nur dafür aufzunehmen. Dich wegzuhauen, Bro. Warte, hä? Ich check's weg. Ich krieg's das Auto kontrolliert. Bro, du willst? Ich krieg's gar nicht kontrolliert. Ja, gut. Ich mach grad. Fickflug over the duck. Nein, oh, sorry. So, Enrico. Ihr habt Zeit, Enrico ist wieder weg. Bro, ich will nur Rusty weghauen. Was? Fickflug, warum gehst du jetzt auf den Arm, Enrico? Weil er dich mit Golfkart sabotiert hat. Weil er mich mit Golfkart sabotiert hat. No way. Okay, verständlich, aber auch irgendwo. Wenn du noch Schwimmflüge anst, geht ja auch nix hier, Bro. Ich seh, Max wieder runterrollt, aber er sieht gut aus wie bei seinen Rollen. Bro! 360! 360! Landung! Oh mein Gott. Wann kommt denn endlich Rusty wieder? Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ja, ich hab Kontrolle. Aber ich bin die ganze oben drauf. Und, oh Gott. Ich bin grad todeskonzentriert, Alter. Weil wir... Oh nee, das nächste Auto. Oh nee. Oh nein. So, jetzt haben wir Isik durch. So, ich schau jetzt einfach mit dem Auto die Leute raus. Ja, das mache ich auch. Oh, wir hatten da den Krankenwagen. Ich. Prostik. Nach unserem Auto. Ekelhaft. Ich will wieder Enrico. Achtung, Enrico. Ach, Enrico wartet hier auf mich? Ja, ach nee. Lass mich vorbei, lass mich vorbei. Gottes Willen. Enrico, Enrico hinter mir. Enrico, du bist ja richtig abgestürzt. Enrico jagt mich. Enrico jagt mich. Ja, Ente. Juhu. Wo bist du, Enrico? Prostik. Jetzt gehe ich auf Enrico. Prostik. Prostik. Bro, geh einfach nur auf Prostik. Auf mich musste ich hier nicht. Doch, auf mich. Auf mich ist es okay. Auf mich ist es okay. Wenn ich nichts Series machen würde, dann würde ich nicht so ein Rennen machen. Ach so. Ah, warte. Wenn Enrico Series machen würde. Verstehst du? Ja, Bro. Das ist ja nur Glück, Bro. Das ist ja nur Glück. Damals war vielleicht Enrico Frankreich Race Meister. Warte mal. Warte mal. Ich hab links runter. Hau rein. Nein. 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 Ja, Mann. Ente. Was hast du das gemacht? Ich weiß es nicht. Du hast ihn runter geschickt und ist einfach weiter geflogen. Bro, danke Ente. Jetzt ist Russack vorne. Ich bin auch vorne. Jaaaa. Jetzt kann ich den Blick auf. Perfekt, Bro. Digga, Ente ist der allerbeste. Russli. Okay, okay, okay. Max ist erster. Guck mal wer da ist. Hahaha. Digga, man hält sich einfach raus. Man kommt vom... Russli hat gar keinen Bock mehr. Nicht ganz unten. Nicht ganz unten. Nicht ganz unten. Nicht ganz unten. Bro. Payblades. Baybladed in. Oh, Bro. Ich bin wirklich... Ich hab Ausbildung bei Russack als Bayblader. Als Bayblader gemacht. Boah. Jungs, ich hab... Ich hab hier ne Kekalaska auch nicht. Ich geh heut Max so den Sieg. Ey, Ente, du musst G drücken, ne? Ich weiß. Ah, okay. Ach, okay. Aber ich beobachte. Oh, jetzt kommt die Chat-Staffel. Jetzt kommt die Chat-Staffel, ja. Oh, krass. Junge ist dieser... Amir, Amir, schneller! Ja, die werden beide weggehauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Russli wurde weggehauen. Nein. Ich werde übelst weggehauen. Wie hab ich das überlebt? Aber du hast überlebt. Alter, geil. Wie? Wie? Mann. Hier hab ich das hier... Russli! Ey, oh mein Gott. Ente. Oh mein Gott! Ente. Nächstes Auto auch noch... Wollt du Russli erwischen oder Rico? Hast du auch geschafft? Du haust dich selber weg. Spielst du überhaupt GTA oder spielst du hier gegen die selber? Flugsimulator! Ja, also. Ich bin nicht los, wie man dort geht. Ente hat zwölf Minuten. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Jetzt hab ich den Waistländer. Ente, willst du auf mich gehen? Hey Enrico! Oh mein Gott! Ich spiel doch nicht mehr Serious! Ja, machst du's sonst auch nie? Nee. Der sagt, der spielt nicht mehr Serious, weil er so schlecht ist. Uuuu... Oh 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 oh've offaz5 Bist du rausgeflogen?! Troll auch nur Russli. Bist du rausgeflogen?! Ja. Enrico? Ich hab Enrico grad gedotst, ganz kurz, bin weitergeflogen. Hey, Russli. Hey Russli. Ich hab Enrico wirklich noch mal weggehauen, ich hab Enrico weiter sabotiert ohne explodiert bin. Hä, ist das rustig? Hast du es immer noch nicht geschafft? Enter hat sabotiert sich die ganze Zeit. Ja, so tschüss. Ich spawnen, Enrico spawn-camps mich einfach. Ich kann nicht mal auf die Strecke fahren, spawn-camps mich einfach. Warte, ich hab gleich wieder den Chat, ich helf dir gleich. Ich helf dir gleich wieder. Check dir, dass ich in der Mitte gebrochen hab. Ja, wirklich. Bro, Digga, du bist nicht erster, das ist das Wichtigste. Ja, ich gön- Was anderes ist mir nicht wichtig, Bro. Ich mach halt nicht mehr ernst, deswegen, Bro. Machst du jetzt auch nicht mehr ernst? Nice. Nee, ich mach die ganze Zeit nicht mehr ernst, Bro. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Deswegen chill ein bisschen, weißt du. Ich lass den Jungs heute ein bisschen voran. Ich gön heute Max im Sieg. Hallo, was ist mit mir? Max ist gut auf das Ding. Max ist gut auf das Ding. Max ist doch verdammt ruhig. Ja, Bro. Schön, wenn du es weiter bist. Ja, weil Max im letzten Auto ist. Ja, Bro. Es ist halt einfach Motorrad, also. Ja, okay. Aber lol, easy. Alter, wie schnell. Nein! Ich hab grad auch versucht, dich zu sabotieren, Max. Ja, ich dachte, das ist crazy. Ja, was? Oh, was? Oh mein Gott, ja, Mann. Oh mein Gott. 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 Mein Schimmelfuß. Ja. Wie schmeißt du, die ganzen sabotagen. Heeeey. Ja, okay. Motorrad ist echt einfach, Max. Motorrad ist echt einfach. Okay. He's last, youi. Uiiiiiiii. Ach, der Wastelander ist eh Müll, Bro. Wasteländer? Ach, ich hab Enrico sogar überholt. Der Wasteländer hab ich sogar geschafft, bin ich ehrlich. Bro, Enrico ist gerade mit Wasteländer ganz unten am der letzten Platz rum runter. Bro, wo bist du denn, Russick? Ich bin... Ich habe Krankenhaube angeschafft. Okay, Jungs. War ein cooles Rennen. Leute, das war's mit der Rampe. Max hat's doch geschafft. Also Rinko gegen Russen. Krieg war prime. Wir haben uns gewissen vorbeigeschlichen. Hat zum Sieg nicht gereicht. Lasst ein Like, ein Abo, wenn ihr die ganze Mega-Rampe feiert. Haut rein, euer Amir. Ciao.